Gewalttaten sind heutzutage leider nichts Seltenes. Auch an Schulen kann das zum Alltag gehören. Um dem vorzubeugen, geht Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger regelmäßig in Schulen. Bei ihm lernen die Schüler in vier Stunden, wie sie gar nicht erst zu Opfern werden. Na so schön und so alleine, was liest denn da? Hallo? Hey! Mehrmals die Woche besucht der Kriminalhauptkommissar Schulen im Bodenseekreis. Heute ist er in der 8. Klasse der Realschule in Meckenbeuren. Mit dem Thema Opfervermeidung und Zivilcourage. Also entgegen meiner Körpergröße bin ich mit Sicherheit nicht der richtige Kraftbrot, sondern ich bin sensibel. Und das hilft mir hier auch weiter im Unterricht. Die Kinder sehen zwar den riesengroßen Mann, aber ich kann natürlich sehr einfühlsam mit den Kindern umgehen. Und das ist auch sicherlich ein Naturell von mir, dass ich sensibel bin. Hey, was bist denn du für ein Pisser? Peter Köstlinger kann aber auch so. Nämlich dann, wenn er im Unterricht den Fiesling spielt und den Kindern zeigt, wie sie sich richtig schützen können. Vor allem vor Gewalttätern. Eine Arbeit, die dem 58-Jährigen auf den Leib geschneidert ist. Um den Jugendlichen einfach die Augen zu öffnen, Achtung, Gewalt gibt nur Verlierer, Täter ist ein Verlierer und Opfer ist ein Verlierer. Und wir versuchen euch als Opfer hier anzusprechen. Und ich sage immer, so ein positives Nebenprodukt ist, der Täter sitzt aus Versehen hier auch drin. Mit interaktiven Rollenspielen, authentischen Beispielen, Humor, aber auch Ernsthaftigkeit beweist er den Schülern, wie einfach sie es dem Täter machen und wie sie künftig präventiv dagegen vorgehen können. Steh auf! Hören Sie jetzt auf! Richtig, draufhauen! Hören Sie jetzt auf! Perfekt, und jetzt kannst du dir Hilfe holen. Hey, Sina, helfen Sie mir, ich werde dich überdrängt! Der erfahrene Kriminalhauptkommissar macht den Jugendlichen sehr authentisch deutlich, was sie in einem solchen Fall zu tun haben. Für Rektorin Ulrike Wiedmann ein Muss an der Schule. Für die Schule und den Alltag in der Schule ist es ganz, ganz wichtig. Es ist ein zentrales Thema, weil nur wenn in der Schule eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht, ein gutes Miteinander, Höflichkeit, Freundlichkeit, Wertschätzung und Respekt, kann überhaupt Leistung gebracht werden. Ich denke, das ist die Basis für ein gutes Arbeiten, ist, dass man eine hohe Sozialkompetenz bei den Schülern erzielt. Für die richtige Motivation ist natürlich gesorgt. Machen die Schüler gut mit, bekommen sie sogar ein kleines Geschenk von Peter Köstlinger. Die Jugendlichen sind begeistert und nehmen viel mit. Dass wir besser auf der Straße aufpassen sollen. Dass ich weiß, auf was ich achten soll, wenn ich so einen Typ sehe und dass ich den am besten ignorieren sollte. Dass man halt mehr aufpassen soll auf der Straße und halt vorsichtig sein soll.